Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 21. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1369. Heute mit den Themen Open AI, Tim Cook, Zehnfaches, Smartphone Link, Handbrake, Google Maps, Weltrekord und der Magnetschwebebahn. Ja, ihr habt sicherlich mitbekommen, Ende letzter Woche wurde dem lieben Sam sein Job wieder frei. Er wurde gekündigt. Sam Oldman, der CEO von Open AI, kennt ihr sicherlich von ChatGPT und all den ganzen anderen tollen Tools, die sie da so entwickeln. Ja, der wurde aus relativ schnellen Gründen rausgeschmissen. Anscheinend hat es schon länger hinter der Fassade gebröckelt. Gleichzeitig ist auch noch ein junger Herr aus dem Vorstands rausgeflogen. Und ja, was ist jetzt Anfang der Woche passiert? Ich würde genauer gesagt, was wurde übers Wochenende heisst diskutiert? Wahrscheinlich hat er ganz viele Angebote bekommen von Google, von Microsoft und so weiter und so fort. Letzterer hat dann den Zunschlag bekommen, weil anscheinend hat Microsoft gerade eine neue Unterfirma gegründet, bei der es um KI und solche Geschichten geht. Das tun sie ja schon länger in dem Bereich herum experimentieren. Und jetzt kommt es eben. Sam hat den neuen Job und ist da Vorsitzender und macht da seine Arbeit weiter. Das hat aber nicht kleine Wellen geschlagen. So haben nämlich auch bei OpenAI viele, viele Mitarbeitende protestiert. Insgesamt 700 Mitarbeitende haben die und 500 davon haben anscheinend einen Brief, wahrscheinlich im digitalen, unterzeichnet, dass sie das Unternehmen verlassen werden, wenn Sam nicht wieder zurückkommt. Und das wird jetzt wahrscheinlich schwierig, nachdem Microsoft übers Wochenende einfach so mal eine neue Firma aus dem Boden gestampft hat oder eine neue Abteilung, sagen wir es besser so, die jetzt eben dem Herrn Altmann untersteht. Speziell, speziell, aber eben eine grosse Firma und mächtig viel Kohle sollte man haben. Da ist an so einem Wochenende sehr viel möglich, wie es scheint. Mal schauen, was da noch alles so kommt und das wird uns sicherlich noch bewegen. Es schaut ganz so aus, als hätte OpenAI sein Grab am letzten Wochenende geschaufelt. Gut, so fleissig wird es dann doch nicht gewesen sein, denn OpenAI hat ja zumindest Kooperationen und Verträge mit unter anderem Microsoft und wird da auch noch weiterhin Ablauf liefern. Und sie haben ja auf dem Bereich doch einiges an Vorleistung gemacht. Also da wird sicherlich noch einiges gehen in den nächsten Wochen und Monaten. Die Frage ist nur, in welche Richtung und was genau das gehen wird. Etwas gegangen ist bei Apple. Tim Cook hat sich interviewen lassen von der Sängerin Dua Lipa, die hat ihm Fragen stellen dürfen. Da ging es aber nicht unbedingt um das neueste iPhone, ein neues MacBook und solche Geschichten. Nein, es ging ein bisschen um den Herrn Cook und sein Privatleben. Es ging um seine Stelle bei Apple, wie er dazu gekommen ist, was er bei Apple alles bewegt hat. Seine im Jahr 2014 grosser Meilenstein, als er öffentlich ausgesprochen hat, dass er homosexuell ist, war somit der erste CEO unter den Fortune 500 Liste, der das öffentlich getan hat und somit natürlich einen Riesenschritt nach vorne getan hat. Vor allem auch eben für genau Menschen, denen es ähnlich geht. Ja, wer sich das Interview anschauen möchte, ich habe es euch verlinkt drüben auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens, wo du das dann eben nachlesen respektive schauen kannst. Weiter geht es mit Android und mit Google und mit Apple und mit Samsung. Mögt ihr euch noch erinnern, als ich euch letzte Woche darüber ein bisschen was erzählt habe, dass ja Apple ein bisschen viel Geld von Google bekommt für die Suchmaschinen-Deal oder für den Suchmaschinen-Deal. Ich habe da gesagt, dass es auch andere gibt, die da einiges an Geld bekommen haben. Einiges war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schauen wir es uns im Genauen an. Apple bekommt ja 18 Milliarden Dollar, nur damit die Suchmaschine Google ist. Und dann kriegen sie ja noch die 26 Milliarden Dollar obendrauf, die dann eben durch die Suchzugriffe entstanden sind. Anscheinend hat man bei Samsung nicht so gut verhandelt oder einfach zu wenig gute Argumente gehabt. Denn im Gegensatz bekommt Samsung keine 18, nur 2 Milliarden bekommen sie. Was müssen sie dafür tun? Ja, nicht wie bei Apple. Die müssen ja nur schauen, dass das standardmässig die Suchmaschine, die ihre ist. Für mehr haben sie nicht zu sorgen. Bei Samsung ist es da dann doch deutlich mehr. Die müssen da zum Beispiel den Play Store installieren und nicht den eigenen Store in den Vordergrund stellen. Sie müssen noch so vieles. Wer mag, kann das gerne nachlesen. Die Shownotes, wie vorher schon erwähnt, sind verlinkt oder die Links in den Shownotes sind drin. Gute Neuigkeiten gibt es für all diejenigen, die ein OnePlus, ein Oppo oder ein Realme Smartphone haben. Ähnlich ist die beliebte Smartphone-Link-App auch mit deren Smartphones kompatibel. Zumindest wenn auf den Smartphones Android 14 oder genauer gesagt Oxygen OS 14 oder Color OS 14 läuft. Das sind natürlich noch nicht deren viele, weil ihr wisst ja, Android und Update ist immer so eine langsame Geschichte. Aber wenn das Update kommt, könnt ihr das nachher nutzen. Was ist Microsoft-Link-Software überhaupt? Ja, das ist das, was man mit dem iPhone zum Beispiel schon länger kann und auch Samsung-Devices einfach mit dem Computer verbinden. Und dann kannst du Messages auf dem Computer schreiben, Antworten von Anrufen direkt am Computer machen und nicht am Telefon. Also das, was bei Apple im Ökosystem mit drin ist, baut da Microsoft mit eben genannter Software für die einzelnen Hersteller um. Sehr, sehr praktisch, wie ich finde und etwas, was ich unter Windows sehr gerne nutze. Weiter geht's mit Handbrake, eine Software, die ich früher ganz fleissig genutzt habe. Ein Open-Source-Video-Konverter, der Video konvertieren kann. Ich habe es in den letzten Jahren nicht mehr so fleissig gebraucht, denn früher habe ich es vor allem gebraucht, um DVDs zu rippen. Später auch mal Blu-Rays, aber das war immer so ein bisschen ein Krampf. Das mit dem DVD ging super, ging einfach und schnell. Das mit dem Blu-Rays nicht ganz so und da habe ich das auch mehr oder weniger aufgegeben. Aber wenn ich zwischendurch mal irgendein Video umkonvertieren muss, dann nutze ich die Software gerne noch weiterhin. Ja, Google hat ein Update rausgehauen und die Menschen rufen aus. Das ist ja immer so. Wenn es was Neues kommt, dann rufen Menschen immer auf. Mit Veränderungen können selten Menschen umgehen. Ich bin da ehrlich, auch ich habe meine Mühe, jeweils am Anfang. Manchmal gewöhne ich mich dran, manchmal krebst dann auch das Unternehmen zurück. Und Google, das wäre ja nicht das erste Mal, dass sie zurückkrebsen. Mal schauen, ob es jetzt wieder passiert. Was hat Google getan? Sie haben bei Google Maps ein paar Farben ein bisschen blasser und einfacher gestaltet. Vor allem das Blau ist heller geworden, der Seen und der Flüsse. Aber auch die Wälder, die unterschiedlichen Wälder, sind in ein komisches Türkisgrün umgewandelt worden. Und das schaut halt einfach blass aus. Das hat nichts mit den Farben an und für sich zu tun oder eben doch, weil es ist halt einfach nicht mehr so gut lesbar und so gut unterscheidbar irgendwie. Aber mal schauen, vielleicht gewöhnt man sich daran. Ich nutze eh meistens Apple Maps, somit werde ich nicht so schnell in ein Problem kommen. Oder vielleicht dann doch irgendwann. Wir werden es mal sehen. Ein Weltrekord wurde aufgebaut in Abu Dhabi. Da ist ja aktuell eine grosse Weltklimakonferenz, die COP28. Und da passend zu eben genau dieser Konferenz haben die Menschen da eine neue Solaranlage in Betrieb genommen. Und zwar eine Rekordverdächtige. Zwei Gigawatt Solaranlage. Die kann bis zu 200.000 Haushalte versorgen. Ist 35 Kilometer von der Hauptstadt entfernt und bringt somit eben dann den Strom in die Hauptstadt. Eindrücklich, vor allem wenn man bedenkt, ja, die basteln schon am nächsten so einen ähnlichen Projekt. Das bringt dann eineinhalb Gigawattstunden, Gigawattstunden auf die Leistung oder auf die Fläche. Und das ist schon eindrücklich, wenn man bedenkt eben, was da halt alles möglich wäre, wenn zumindest halt die Kapazitäten auch da sind. Und ich meine, ja, die haben es. Die haben ganz viel Sonne. Dafür haben sie auch ganz viel Sand und somit andere Probleme. Denn die Glasoberflächen, die oben drüber sind, die werden natürlich durch den Sand, der da täglich drüber gewindet wird, zerkratzt. Und dann wird das milchig und dann ist die Leistung nicht mehr so gut. Und deshalb hat man da in den letzten Jahren sehr, sehr fleissig geschraubt und gebastelt und gemacht. Und will jetzt da das perfekte Panel erfunden haben, um eben genau an solchen Stellen auch eben Strom zu erzeugen. Eindrücklich ist schon, dass die Emirate eine Verdreifachung anstreben. Aktuell, also bis im Jahre 2030, möchte man auf 14 Gigawatt Leistung kommen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Und zu guter Letzt kommt auch ein bisschen was Interessantes vielleicht. Also zumindest für die Lachmuskeln und Tränensäcke ist es sehr interessant. Berlin will wieder mal gross hinaus. Berlin will wieder mal Geld ausgeben. Berlin will wieder mal was Grosses bauen. Und was tun sie dieses Mal? Ja, sie möchten eine Magnetschwebebahn eigentlich durch die ganze Stadt haben. Und bis dahin will man zuerst mal eine Teststrecke bauen. Warum macht man das? Ja, weil Strom sparen und ökologisch und, und, und. Viel besser als das, was man aktuell hat. Und es geht ja auch schnell, meinte man. Ja, darüber reden wir dann in 20 Jahren nochmals. Als wenn sie die 5 oder 7 Kilometer Teststräche hingelegt haben. Vielleicht ist es auch vor. Ich würde mich für Berlin freuen. Aber was mich nicht freut ist, sie nehmen das Geld aus dem Klimasondervermögen. Und ja, da hätte man auch Geld nehmen können für neue Radwege. Die werden aktuell massiv zusammengestrichen, um andersweitig Geld zu sparen. Und das wiederum ist hässlich. Und somit würde ich sagen, lasst es lieber mit diesen grossen Bauwerken. Und konzentriert euch auf die kleineren, wichtigen Steps. Ja, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.